Musik Hallo und herzlich willkommen! Ja, wie geht's? Ähm, folgendes, ich hab gerade Millenair neu drauf gemacht, beziehungsweise geupdatet auf die 1.25 Und jetzt geht es nicht mehr. Ich hab keine Backup gemacht, ähm, folgendes. Let's Survive, das ist meine Let's Survive-Feld, da klicke ich jetzt drauf, es wird geladen und dann steht auf einmal Saving Chunks. Ja, und das war's auch schon, ich werd gleich wieder abgebrochen. Ähm, und so, das hab ich auch schon mehrmals probiert und es geht einfach nicht mehr. Ich würd euch für jeden, der Millenair spielt, empfehlen, immer eine Backup von der Welt zu machen. Ich hab's bis jetzt auch jedes Mal gemacht, ich hab's heute mal vergessen und genau dann geht's daneben. Ähm, ähm, ja, also die Welt ist einfach im Arsch. Es ist leider so. Deswegen werden wir wohl eine Staffel 4 anfangen müssen, auch mit Millenair, wenn ihr wollt. Und deswegen bitte ich euch, mir Vorschläge zu machen, ähm, was ich denn machen könnte. Also, klar, Staffel 4 von Let's Survive kann man ruhig machen, auch mit Millenair. Aber habt ihr da irgendwelche speziellen Ideen, irgendwelche Aufgaben, die ihr mir gebt, irgendwas, dass man das ein bisschen besonders gestalten kann, irgendwelche besonderen Wünsche für ein bestimmtes Dorf, was ich vielleicht besuchen soll, bevölkern soll. Oder irgendwas sowas in der Art, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das nächste Let's Survive Staffel 4 dann gestalten könnte. Ähm, ja, und sowas. Da würden mich Vorschläge wirklich freuen. Ja, okay, ist schade, ich hätte wirklich gerne noch weitergespielt. Und der Patch hat's dann versaut. Ich kann das hier jetzt nochmal machen, aber ihr seht eh, es geht einfach nicht. Ja, deswegen macht Vorschläge, ich freue mich darüber und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Alles klar. Ciao.